Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer weiteren aufregenden Liste der besten 12 Survival Gadgets, die jedermann haben sollte. Also macht euch bereit und taucht ein! Die Wicked Laser Flashdorch ist eine außergewöhnliche Taschenlampe, die speziell für Notsituationen entwickelt wurde. Sie verfügt über die beeindruckende Fähigkeit, einen starken Lichtstrahl von bis zu 2300 Lumen abzugeben, was sie zu einem idealen Werkzeug macht, um Hilfe zu signalisieren oder durch dunkle Umgebungen zu navigieren. Dieses Gerät ist nicht nur vielseitig, sondern auch äußerst robust, wasserdicht und ideal für den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen. Darüber hinaus kann es dank seiner robusten Bauweise bei Bedarf auch zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Seine herausragende Leistung und Multifunktionalität machen es zu einem unverzichtbaren Accessoire für alle, die Wert darauf legen, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Das Kreditkarten-Multitool ist ein Muss für das Survival-Kit eines jeden Mannes. Sein schlankes Design und seine vielfältigen Funktionen machen es zu einer Art Werkzeugkasten für die Brieftasche. Es verfügt über Funktionen wie einen Schraubenzieher und einen Flaschenöffner und ist damit ideal für tägliche Aufgaben und unvorhergesehene Notfälle. Außerdem ist es leicht, robust und passt problemlos in Ihre Tasche oder Ihr Portemonnaie, so dass Sie für jede unerwartete Situation gewappnet sind. Das Solar Suncase ist ein effizientes und kompaktes Solarfahrzeug, das sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Survival, Camping, Wandern und Bergsteigen eignet. Mit einem Gewicht von nur 15 Gramm und einer Größe von nur 7 Zentimeter ist es leicht zu transportieren und unterwegs zu verwenden. Dank seiner gasfreien Funktion ist es außerdem eine sichere und umweltfreundliche Option. Mit dem Suncase können Sie bei jedem Wetter ein Feuer machen, ohne Streichhölzer oder ein Feuerzeug zu benötigen. Der Suncase nutzt Parabol-Spiegel, um das Sonnenlicht zu bündeln und brennbare Materialien wie Holz, Tabak, Papier oder einen Feuerzeug dort innerhalb von Sekunden zum Glühen zu bringen. Mit der LifeStraw Peak Series können Sie sicherstellen, dass Sie bei Ihren Ausflügen ins Freie immer ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Dieses erstaunliche Gerät verfügt über ein fortschrittliches Filtersystem, das 99,99% der Bakterien und 99,9% der Parasiten aus jeder Wasserquelle entfernen kann. Es ist leicht, einfach zu bedienen und ein Muss für alle Naturliebhaber oder für den Notfall. Mit der LifeStraw Peak Series können Sie sauberes und sicheres Trinkwasser genießen, egal wo Sie hingehen. Vergessen Sie nicht, ihn auf Ihr nächstes Abenteuer mitzunehmen. Overcap ist ein praktisches Accessoire für Angler, Naturbeobachter und Menschen, die gerne in der Wildnis unterwegs sind. Es hat mehr als drei Jahre gedauert, Overcap zu entwickeln, zu erforschen und unter realen Bedingungen zu testen. Es handelt sich um die weltweit erste abnehmbare feste Kapuze, die für alle Wetterbedingungen geeignet ist, einschließlich Regen, Wind, Sonne und Schnee. Sie bietet unvergleichlichen Komfort und lässt sich mit ihren Riemen leicht an jedem Rucksack befestigen. Alles in allem ist sie ein praktisches Gadget. Das nächste ist ein unverzichtbares Survival-Gadget, das jedermann in seinem Arsenal haben sollte. Dieses vielseitige Werkzeug kann für verschiedene Aufgaben wie Aufbrechen, Schaben und Öffnen von Dosen verwendet werden. Mit seinem schlanken und kompakten Design ist es leicht zu transportieren und passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack. Das Lockdown Slim Pry ist robust und langlebig und somit ein zuverlässiges Werkzeug in jeder Notsituation. Unterschätzen Sie nicht die Kraft dieses kompakten Geräts, es ist ein echter Game Changer. Wenn es darum geht, sich in der freien Natur zurechtzufinden, können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Ein unverzichtbares Überlebenswerkzeug, das jedermann in seinem Arsenal haben sollte, ist die Camillus Highlimp Astsäge. Mit diesem leistungsstarken Werkzeug wird das Schneiden von Ästen und Zweigen zum Kinderspiel, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Camillus Highlimp Astsäge ist mit einem speziell entwickelten Sägeblatt ausgestattet, mit dem sich dicke Äste leicht und präzise durchtrennen lassen. Der lange Griff bietet eine gute Hebelwirkung und ermöglicht es Ihnen, Äste zu erreichen, die Sie sonst nicht erreichen könnten. Mit dieser Säge können Sie mit Leichtigkeit zugewachsene Bäume stutzen, Wege freimachen und sogar Unterstände bauen. Eine weitere beeindruckende Eigenschaft der Camillus Highlimp Astsäge ist ihre Langlebigkeit. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Säge ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das scharfe Blatt aus Kohlenstoffstahl sorgt für saubere und effiziente Schnitte, während der komfortable, rutschfeste Griff einen sicheren Halt bietet. Die Steambau A6 Stinger 2 ist ein revolutionäres Überlebensgerät, das die Kraft einer Armbrust mit dem Komfort einer Schusswaffe kombiniert. Mit seinem kompakten Design und seinen benutzerfreundlichen Funktionen ist dieses Gerät perfekt für jeden Survivalisten oder Outdoor-Enthusiasten. Die Stinger 2 ermöglicht es Ihnen, Pfeile mit beeindruckender Geschwindigkeit abzuschießen, ohne dass Sie dafür traditionelle Bogenschießtechniken benötigen. Es ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das dir bei der Nahrungssuche, der Verteidigung oder einfach beim Spaß in der Wildnis helfen kann. Das Mjolnir-T ist ein Absolutesmus für jeden vorbereiteten Menschen. Dieses bahnbrechende Survival-Gadget kombiniert einen taktischen Stift mit einem Selbstverteidigungswerkzeug und ist damit das ultimative Notfallzubehör. Seine Titankonstruktion garantiert Langlebigkeit und Vielseitigkeit, sodass er jeder Herausforderung standhält, die auf Sie zukommt. Ob Sie nun Glas zerbrechen oder sich selbst verteidigen müssen, der Mjolnir-T gewährleistet Ihre Sicherheit und Bereitschaft. Tragen Sie es immer bei sich und bleiben Sie wachsam, denn Sie wissen nie, was auf Sie zukommen könnte. Wenn du gerne Zeit im Freien verbringst, dann ist der Zippo 4 in 1 Wutzmann ein Absolutesmus für dich. Dieses erstaunliche Gadget vereint vier wichtige Outdoor-Werkzeuge in einem kompakten und benutzerfreundlichen Design und ist damit der perfekte Begleiter für Ihre Abenteuer. Mit seiner Sägefunktion können Sie Holz mit Präzision und Leichtigkeit durchtrennen, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für das Räumen von Wegen oder den Bau von Unterkünften macht. Und wenn es darum geht, größere Holzstücke zu zerkleinern, ist die Axtfunktion genau das Richtige für Sie. Dieses fantastische Werkzeug ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die auch den härtesten Outdoor-Bedingungen standhalten. Der bequeme, rutschfeste Griff erleichtert die Handhabung und gibt Ihnen das nötige Selbstvertrauen, um sich jeder Herausforderung zu stellen. Ob Sie nun Wege freimachen oder Unterstände bauen, dieses Gerät ist ein Muss für jeden Outdoor-Enthusiasten. Die Quicklight Tuck Wallet ist ein unverzichtbares Survival-Accessoire, auf das Sie nicht mehr verzichten möchten, wenn Sie gut vorbereitet sein wollen. Trotz ihrer kleinen und kompakten Größe verfügt diese Brieftasche über ein leistungsstarkes LED-Licht, mit dem man auch in schwach beleuchteten Situationen gut sehen kann. Außerdem verfügt sie über ein verstecktes Fach, in dem Sie Notgeld oder kleine Geräte verstauen können. Das schlichte Design und die robuste Konstruktion der Brieftasche schaffen die perfekte Balance zwischen Mode und Funktion und sorgen dafür, dass Sie immer für alle Herausforderungen gewappnet sind, die auf Sie zukommen. Bei diesem bemerkenswerten Gerät handelt es sich um einen hochfunktionellen Schlafsack, der sich durch sein geringes Gewicht und seine Kompaktheit auszeichnet und somit ideal für den Einsatz in Notsituationen ist. Der TaktBW ist wasserdicht und eignet sich daher für Camping- und Wandertouren, bei denen mit unvorhersehbaren Wetterbedingungen zu rechnen ist. Dank seiner praktischen Größe passt der TaktBW mühelos in Ihren Rucksack oder Ihr Handschuhfach, sodass Sie ihn immer zur Hand haben. Ich versichere Ihnen, dass dieses Produkt in jeder Situation, in der Sie sich befinden, einen bedeutenden Unterschied machen kann. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video.